Hallo, ich stehe heute mitten in Frankfurt, wo der erste Apple-Store in Frankfurt öffnet, der größte in Deutschland. Und ich will mal schauen, was man hier so erlebt. Der Antrank ist riesig. Die ersten Besucher waren laut Presseberichten schon um 5 Uhr vor dem Laden, trotz der niedrigen Temperaturen und die Schlange geht durch die ganze Fressgast bis fast zur alten Oper. Und dann geht's los. Die Minute zählt runter, der Laden öffnet und die Besucher werden traditionell von den Apple-Mitgliedern begrüßt. Die Schlange ist immer noch mehrere hundert Meter lang, sodass ich heute nicht hier reingehen werde, sondern irgendwann nächste Woche. Aber trotzdem, es hat sich gelohnt, sich sowas mal anzuschauen.